Und jetzt kommen wir zum kommunalen Finanzausgleich. Das klingt erstmal nicht so richtig nach Spaß, betrifft aber jeden von uns. Denn über den Finanzausgleich wird geregelt, wie viel Geld Gemeinden oder Städte vom Land bekommen, um Schulen zu sanieren oder zum Beispiel um Sporthallen zu bauen. Fast 100 kleinere Gemeinden, also im Schnitt jede Zehnte, haben gemeinsam beim Landesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt. Ihrer Ansicht nach bekommen sie zu wenig Geld. Heute gab es am Landesverfassungsgericht eine mündliche Verhandlung. Auf die gucken wir gleich. Erst einmal der Blick in eine Gemeinde, die knapp bei Kasse ist. Markelsby im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Knapp 1600 Menschen leben hier. Und das ziemlich autark, wie sie sagen. Es gibt z.B. einen eigenen Kindergarten mit 70 Kindern. Allerdings musste man ein bisschen improvisieren, damit auch alle Kinder Platz haben. Die Gemeinde stand vor der Frage, den Kindergarten anzubauen oder eine Naturgruppe zu gründen. Der Unterschied, diese Maßnahme hat 42.000 gekostet. Hätten wir den Kindergarten angebaut, hätten wir 750.000 dafür bezahlen müssen. Nicht die einzige Stelle, an der die Barkelsbüer improvisieren mussten. Auch hier an der Grundschule ist der Platz für die 173 Kinder aus dem Ort und dem Umland zu knapp geworden. Doch der geplante Anbau bleibt vorerst ein Traum. Aus Kostengründen. Der Schulleiter muss einige Kinder im Container unterbringen. Und auch der Gemeindetreff ist mittlerweile zur Schulklasse geworden. Die Gemeinde hatte geplant mit 700.000. Und wir sind jetzt gewesen bei 1,2 Mio. Und da haben wir die Reißleine gezogen. Das konnte Barkelsby sich nicht leisten. Und genau deshalb zieht Barkelsby vor Gericht. Gemeinsam mit fast 100 anderen kleinen Gemeinden. Sie alle werfen dem Land vor, dass sie zu wenig Geld aus dem Finanzausgleich bekommen. Und die Großen bekämen zu viel. Er koordiniert die Verfassungsbeschwerde. Amtsdirektor Gunnar Bock sagt, kleinere Gemeinden haben sehr wohl hohe Kosten und sie tun auch was für das Umland. Doch nur die zentralen Orte, also die Großen, bekommen beim Finanzausgleich einen Extraschluck aus der Pulle. In unseren Gemeinden werden natürlich auch dort zentralörtliche Aufgaben wahrgenommen. Es ist klar, wenn wir weniger Finanzmittel haben, überlegen wir, ob wir wie in Barkelsby einen Schulanbau nicht tätigen können. Das wäre eben unfair, wenn der Einwohner in unterschiedlichen Gemeinden sehr unterschiedlich behandelt werden würde. Er hat als Bürgermeister von Eckernförde das Finanzausgleichsgesetz mitverhandelt. Jetzt ist Jörg Sibbel als Staatssekretär im Innenministerium für genau dieses Gesetz zuständig und verteidigt die Besserstellung der Großen Orte. Wir haben mit wirklich auch neuen finanzwissenschaftlichen Methoden, auch mit einer nie dagewesenen Datenbreite und Tiefe, tatsächlich das FAG ausgerichtet an den tatsächlichen Bedarfen des Landes und der Kommunen. Und dort ist auch erkennbar, dass gerade die zentralen Orte über eine unzureichende Finanzausstattung verfügen, nach wie vor, weil die Finanz- und Steuerkraft unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Große Städte wie Kiel sagen ohnehin, dass sie viel mehr Lasten zu tragen hätten, viel mehr für die Umlandgemeinden anbieten und auch viel mehr Schulden hätten als die kleineren Orte. Ich behaupte ja nicht, dass es den Gemeinden alles Gold geht. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht wechselseitig auf der kommunalen Ebene die Euros streitig machen, sondern wir müssen eigentlich gemeinsam das Land herantreten und sagen, ihr müsst insgesamt mehr für die Kommunen tun. Sozusagen ein Geschwisterstreit innerhalb der kommunalen Familie, der bringt uns gar nicht weiter. Sie sollten uns lieber unterhaken und das Land in die Pflicht nehmen. Soll heißen, Kiel fordert insgesamt, mehr Geld in den Topf für alle zu geben, bis zu 100 Mio. Euro zusätzlich im Jahr. Doch da hat das Land bereits abgewunken. Tja, da liegt also Streit in der Luft, wie so oft, wenn es ums Geld geht. Am Landesverfassungsgericht in Schleswig gab es heute eine mündliche Verhandlung zu diesem Thema. Da hieß es dann Gemeinden gegen das Land. Juristisch sind sie Gegner, im Umgang freundlich. Der Innenstaatssekretär und die Bürgermeister kleiner Gemeinden. Sie sagen, das Land habe nicht wirklich ermittelt, wie viel Geld sie tatsächlich brauchen. Stattdessen den Großen einfach mehr gegeben, indem man gesagt habe, die seien zentrale Orte. Denn ein zentraler Ort bekommt automatisch mehr Geld. Nicht nur prozentual, sondern aus einem Extratopf. Darin sind etwa 290 Mio. Euro. Das ist auch gut so, sagt das Land, denn zentrale Orte müssen auch deutlich mehr Geld ausgeben. Stimmt nicht, sagen die anderen. Und so geht es hin und her. Es ist die Aufgabe der Richter, den Streit zu beenden. Beide Seiten sind wie immer guter Dinge. Die Tatsache, dass eine Gemeinde als sogenannter zentraler Ort eingestuft ist, hätte danach keine abschließende Bedeutung. Man muss eben schauen, was erbringen auch andere Gemeinden an Leistungen für ihre Nachbarkommunen und deren Bürger. Ich denke, das war ein sehr intensiver Austausch. Und wir konnten unsere Argumente hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit des FAGs gut vortragen, gut und verständlich vortragen. Und jetzt müssen wir abwarten. Das ist jetzt sozusagen auch der Respekt vor dem Landesverfassungsgericht, das Urteil entsprechend abzuwarten. Am 17. Februar kommenden Jahres soll ein Urteil fallen. Das ist jetzt noch ein Urteil. Das ist jetzt noch eine Gruppe.